Aber ich bin der Meinung, Max sollte mal ne Anmod machen. Ja, es geht schon los, mach mal ne Anmod hier. Tötet ihn schnell noch. Willkommen zu einer neueren Folge. Das ist auch geil. Zumitten. Mit Shawnee Gamepad, Pandora, Sky und mir. Äh, äh, Gamepad Hero. Nein! Ich wusste, es ist immer so gut. Nein, die Waffe ist leer, scheiße. Meine auch! Du Bitch! No Scope! Hä? Was hat er denn? Ey, ich laufe hier auch. Es kommt ran! Oh! Oh! Ah, da ist er! Ich sehe, wie ich bin! Der hat die Melden vorbeigeschossen. Ist tot. Pandora ist hinter mir, weil ich tot bin, bis das ganz genaue, dass Pandora weg ist. Deswegen lerne ich jetzt hier ununterbrochen, ganze Zeit labern. Lalalalalala. Was geht's denn? Alter Scheiße. Oh, ich sollte mal nachladen. Wow! Weg da! Hä? Ich hab noch keinen gesehen. Bleib weg! Ich bleib weg! Du kannst doch schon mal keinen killen! Du hast die Tür kaputt gemacht! Komm her und bezahl die Rechnung! Den Teufel werde ich tun! Wo ist er hin? Den Teufel werde ich tun! Weg da! Rechnenzahlen! Rechnung! Welche Rechnung? Diese Rechnung! Pandora ist es! Hä? Hä? Wie bin ich denn jetzt hier hin gekommen? Der ist Mün, der Mondbär! Wie bin ich hier her gekommen? Ende! Ende! Also Pandora ist es! Ja, wahrscheinlich! Okay, Max rennt da hinten rum! Hä? Wie da eben? Wo seid ihr denn bitte? Auf der anderen Seite! Hey! Sky! Du bist Batman! Ja! Ich hatte auch ein Epic! Ein Epic Fight! Läuft! Wir sind! Ach ja! Tod? Könnte man so sagen! Max gerade ist offen! Oh, der ist in den Swimming Pool gesprungen, oder? Ah! Könnte man so sagen! Oh, das ist jetzt mies! Alter! Ist ja eh leer! Ist hier noch was geiles? Nein! Alter! Hier liegen nur scheiß Waffen rum! Willst du dir beim Suchen helfen? Nee, danke! Ich finde schon mal was cool! Was ich suche! Ah! Okay! Wie du meinst! Also ich bin gut im Suchen! Ja! Mit dem Radar! Ja! Der zeigt auch Items an! Achso! Ich hab's ein bisschen bearbeitet! Aber ich hab's natürlich aufgehoben! Das ist nicht mehr! Ich bin kein Täter! Ah! Da liegt doch einer! Hier geht's echt nur scheiße! Oh shit! Kommt ja auch nicht lang her, wenn man im Traitor Shop ist! Oh, das ist jetzt blöd! Hast du durch die Wand geschossen? Ja, ist doch so ein Trickser! Weil ich sie kaputt gemacht hab! Ey, da findet man für zwei Sekunden Leute und man wird direkt getötet, Alter! Juhu! Oh, Alter! Aber das war am Anfang ein richtiger Noob-Battle, ey! Ja! Keiner hat was getroffen und jeder hatte irgendeine beschissene Waffe! Ich hab' das total vergessen, dass man bei dieser Freeze-Gun ja nicht mehr reden darf, wenn man eingefreezed ist! Ja, aber die Mann... Ja, aber die Mann... Ich dachte erst, das ignoriert wieder jeder! Weil keiner dazu was gesagt hat, der... Ja, aber... Ja, aber ich war ja auch immer die Silence aufgebucht! Ach man, das ist doch schein... Ey, diese Map ist so riesig! Das ist ja der Shit! Kam hier eigentlich auch Autos lang? Ne, ne? Äh, ich glaub' nicht! Das war auch das erste, wo die Nachricht geguckt habe! Erstmal so ein paar Sekunden warten! Links, rechts, links, rechts... Ja, man hat... Man hat schon so ein bisschen Angst, ne? Weil... Schnell wovon du läufst da drüber und dann ist... Oh, hier ist eine Melone! Kaboom! Alter! Und eine Orange! Hast du die Melone gerade geschossen? Ich? Hä? Nein! Hier sind... Ach so, du bist da bei dem... Ja, ich weiß wo du bist! Wart mal kurz... Wart mal kurz... Wart mal kurz... Hier geht voll... Ey, das Radio ist ja cool! Geile Mucke! So, jetzt wir! Jetzt gucken, wenn überall ein Muni für Waffen rumliegt, aber nicht für die Waffen, die man braucht! Hast du mich nicht gesehen? Ne! Voll nicht! Du gehst da vorne an der Wand unter! Oh, cool! Danke! Ich bin bei meinesgleichen! Alter! Was verfolgst du mich? Ach, jetzt bin ich wieder hier! Ach du Scheiße! Warum haben wir die Map-Nummer genommen? Keine Ahnung, weil du die nicht kanntest und dann hast du gesagt, jo, die ist doch geil! Ja, ja! Ja, das war deine Idee, jetzt beschwere dich nicht! Ne! Oh, da ist eine Melone geflogen vor meinen Augen! Ende! Warum bist du jetzt tot? Da ist... Moment, der Melonenbär! Es war Pandora oder Gamepad, sind sogar beide! Keine Ahnung! Weil beide laufen hier rum! Alter, warum?! Und Pandora ist es! Pandora schießt! Pandora ist tot! Gamepad ist es! Was?! Ist jetzt Pandora gekillt? Ja, Gamepad ist tot! Das war Traitor! Gut, sorry, Porn! Ich hab gedacht, du wärst es, weil du einfach losgeschossen hast! Gut, jetzt ist es nur noch Sky oder Shawnee, also ich bin safe! Ja, und ich bin's nicht! Aber das kann ich dir ja viel erzählen, ne? Ja, ja, ihr könnt euch ja jetzt duellieren! Ich pimmel hart mein Leben! Ja, ich weiß auch, wo du dein Leben pimmelst! Ja, ich weiß, wir haben uns gesehen, ne? Ja! Du kannst mir... Oh, scheiße! Aber mit der Waffe auf die Distanz ist ein bisschen problematisch! Und das war nicht von mir! Ne, das war von mir! Das war eine Instanary, die aber leider in den Pool geflogen ist! Achso! Du hast Feuer mit Wasser gelöscht! Ah, Gamepad! Komm mal mit! Wir haben mal Spaß zusammen! Das ist noch was, wenn Shawnee jetzt kommt! Komm, warte mal! Du hast noch Bescheid von dem langen Tag! Guck mal! Da kannst du... Ich glaube, Max, du könntest vielleicht sterben! Du musst nicht unbedingt... Warum? Ne, Shawnee läuft wieder woanders hin! Also, Gamepad, du musst dich die ganzen Bank hier umreißen, ne? Einfach hier setzen! Oh, da ist es Max! Das könnte natürlich auch noch sein! Zumindest das meine... Ich töte meinen eigenen Trader-Kollegen! Ja, stimmt! Du hast ihn getötet, okay! Guck mal, gut! Hopala! Hier! Du kriegst was zu essen! Ich schieb sogar die Bank weg! Dann hast du wenigstens was! Hier! Guck mal! Das schmeckt! Das ist gesund! Willst du nicht? Ne, okay! Was gibst du dem überhaupt zu essen? Ne, Orange! Guck mal, ich zeig dir jetzt mal die Fabrik! Die kennst du wahrscheinlich schon! Die ist ultra cool! Ja, ihr könnt euch duellieren! Ne? Ohne Scheiß! Wo seid ihr denn alle? Ist sicher keine Sau! So, guck mal! Was haben wir denn hier? Guck mal, hier ist eine riesen Lagerhalle! Das ist doch toll, Gamepad! Das ist genau was für dich! Du wolltest doch schon immer mal Gabelstaplerfahrer werden! Also wir müssen uns jetzt duellieren! Guck mal! Ach guck mal! Das ist doch toll! Ich mach erst mal ein Bild von dir, ja? Warte mal! But first, let me take a selfie! Wollte grad sagen! Das ist doch toll! Warte mal! Sterbe ich jetzt, wenn ich da draufgehe? Ne, komm ich probiere! Ja, Shawnee ist es! Und Shawnee hat einen... Hat der einen Dead Ringer? Ja! Rennt der schon wieder rum? Hm, auf der Arbeit eingeschlafen, ne? Komm ich lass dich mal! So! Wo war er denn? Wo war er denn? Wo war er denn denn? Ach komm, schau die! Komm raus! Schau die schon! Schau das Schaf, alter! Mäh, mäh, mäh! Mäh, mäh! Mäh, mäh! Mäh, mäh! Ich hab voll fett was zu Phrasen geholt! Oh, okay! Das schlimm ist, ich weiß nicht mehr wie ich jetzt da hinkomme! Ach, doch! Ich weiß es wieder! Ich weiß nicht mal wo du bist! Ich hab keine Creditsführer da! Oh, lol! Hm, alles cool! Also ich lauf die ganze Zeit hier rum! Ach was, danke! Damit komm ich hier weiter! Ja, denn die Map ist halt wirklich ultra riesig! Ja, das stimmt leider Gottes! Okay, dann! Hallo! Oh, noch ne Lagerhalle! Hui! Hörst du auf? Du ekelhafter Mensch, du! Geh aus deinem Dead Ringer raus! Wo bist du? Alter! Nice, nice, nice! Meine Güte! Oh, mein Gott, ey! Boing! Machst du mich grad so verwirrt, dass ich dich einfach getötet hab? Bei der Arbeit eingeschlafen, der hängt mit dem Kopf im Lenkrad! Im Lenkrad! Ja, guck mal! Ich weiß auch nicht! Hast du zu viel gedruckt oder so? Ey! Ich werde gar nicht gestorben! Normalerweise! Sorry, mein Freund, ich wollte dich retten, aber ich wusste nicht mal, wo er war! Na, Shawnee, willst du hier rein? Ich wollte eigentlich da rein, aber jetzt doch nicht! Ach, ich habe alles, was ich will! Mach's gut! Guck mal! Ich habe Gamepad sogar Orangen angeboten! Der wollte ja noch nicht mal auf der Bank sitzen! Ich bin eher der Mandarinen-Typ! Ah, okay! Also, ich fand's lustig! Das war so ein schöner Tag mit dir! Können wir gerne mal wiederholen! Heute? Arbeitsfaktik kommt für Gamepad! Er durfte sogar mal Gabelstapler fahren! Zwar nicht lange, aber... Und nicht mehr am Leben, aber Gabelstapler fahren! Nicht so ganz lebendig! Oh, Shawnee! 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 Hey! Hey! Wo bist du? Ich will nicht sterben! Komm, komm, Gamepad! Wir essen mal! Komm! Wir essen mal! Was essen wir denn? Ne Melone! Wir essen mal ne Melone! Warte! Na, weil es gefährlich war! Sag mal, kannst du... Loy! Warum hast du die Melone abgeschossen? Das gefällt mir nicht! Shawnee, bitte nicht verfolgen! Oh, das geil ist es! Was ist gelogen? Rettungsdruck kommt! Dicht! Muah! Und der Rettungstrupp ist auch gleich tot! Ja, das kann gut sein! Adora, gehst du mir bitte mal nicht auf den Sack! Ja, ich mach doch gar nix! Ja, das reicht mir schon! Ich guck doch nur, ob du Traitor bist oder nicht! Das macht mich aber nervös! Warum macht dich das nervös? Ich kenn das von Quinn! Der rennt mir auch hinterher und später hab ich ne Schrotladung im Rücken! Geht man ganz scheiße wieder raus! Ja, komm! Bap! Bap! Alter! Ich hab nur noch vier Haffeln! Oh, Fandora! Alter, was ist das für ne Scheiß Waffe ey! Ja, so geht es besser! Boah! Ich hab Schaden bekommen! Ich hab Schaden bekommen! Das war die Freeze Garn! Eigentlich hast du einfrieren müssen wenn du Schaden bekommst! Ja, eingefroren hast du mich nicht! Du hast aber irgendwas gehabt, was am Ende da oben explodiert ist, wenn deine Leiche ist! Was war das für ein Schrei, Alter! Ach du, meine Mellen ist geplatzt als ich gestorben bin oder wie? Ne, das war meine Mellen! Ne, das war meine Mellen! Wie du gestorben bist, hab ich meine Mellen drauf geschossen auf Schaden! Also ich war gerade mal so, äh, out of game, weißt du, und ich hör einfach nur noch so ein... So ultra an dieser Schrei, Junge! Als ob er gerade abgeschissen hätte! richtig männlich war der dafür stehe ich mit meinem Namen dafür stehe ich mit meinem Namen ja lange steht der aber auch nicht mehr also ich predikte Sky is a safe ich sag mal komm wenn du mich schon prediktest dann sag ich Max ist es okay Achtung explosives Fass wo habe ich gerade hochgejagt wer ist hier Pandora ist eine Runde schwimmen lassen wir jetzt hinterher da sitzt einer da will ich nicht hin mal schön Munition sammeln Hi 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 Die 4 HP hast du gesagt ne 4 HP Jetzt nicht mehr Wollen wir sie ja rückgängig machen Ne du Danke Diesmal brich es auch zu Ende Alter da kam ne Wellen Da kam von rechts ne Wellen Was ist bei euch von rechts Na ja das interessiert dich jetzt nicht Ja doch ich muss ja gucken wer da ist Ja da war das war Max Das war Max Bin mit Pandora hier unterwegs Pandora ist für mich safe Ja Sean ist auch safe Das heißt Gamepad was geil Alles klar Ich war grad hinter euch Bin euch her gelaufen Ich sag auch eigentlich eher das ist geil Ich hätt ja nicht Sandwiches droppen können Alter wie sieht's denn hier an Ach äh Pandora und seine Tage Vertrau Gamepad nicht Vertrau Gamepad nicht ne Er oder Sky Er oder Sky Wenn der denn jetzt wiederbelebt vor unserer Nase Du lässt den da liegen Nein ich geh mit dem Bar Ich lass ja okay Ihr könnt von mir aus mitkommen Schmeißen da ins Wasser da vorne rein Das ist hier unter Strom Ich vergewaltige den jetzt einfach hier an der Ecke Wo ist eigentlich Sky Wir stehen ja alle auf dem Haufen und Sky ist nicht da Du ich glaub ich will das will ich auch gar nicht wissen wo der ist Der wäre vielleicht gar nicht so dämlich dazu gewesen Hier tanz Bitch Also ich denk mal Oh Da hinten ist er Da hinten ist er Was wo What Alter dieser scheiß Melonlauncher Junge ich hasse das Dinger Ja mit dem kannst du nicht gescheit zählen Ist so Da triffst du nie das was du treffen willst Das ist so kacke weißt du Da schießt du Bei mir hab ich Bei mir hab ich glaub ich Pandora Volle Möhre getroffen Ich gucke Keiner Tote Ich denk mir Ja super Das war's dann für mich Wieder gute Runde ne Ja war wieder eine gute Runde War wieder ganz gut Ich mein ich mein zwei haben wir gekillt Also ich Alles stimmt Du jetzt nicht unbedingt aber Na wohl Du hast ja Pandora schon gut angeschossen Ach solange ich vor Gamepad bin ist alles cool Ihr seid alle vor mir grad War Gamepad du leckst aber dann ganz schön Was? Ne Bei mir nicht Alle meine Älpchen Der ist jetzt hier einfach Ja jetzt bin ich sicher Ja jetzt bin ich sicher So erstmal Schönen Tag im Büro Ja 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 Eventuell bist du Traitor Und Gamepad ist sein Traitor Kollege Und der war grad am shoppen Und du sagst so Ach der leckt Pandora schießt auf mich Pandora ist es Hab ich doch gesagt Wie angekündigt Wer der andere ist Ne Ob Pandora auch überhaupt tot ist Weil der ist noch nicht Geklemmte Oh Johnny hat eine Compass to the Lemon Und ist glaube ich noch Der ist nämlich bei einem Schuss Irgendwie umgefallen Komischerweise Guck mal Ja Johnny ist im Dead Ringer Er ist gerade wieder Aufgetaucht Auf jeden Fall Shaun ist safe Oh Shaun ist tot Pandora ist bei mir An der Straße hinten Da wo die Bänke sind Hey wo bist du? Weiter erwischt Alter Wo ist dich voll da oben? Der ist voll da oben Voll der Hinterhalt Max Du hast hier in den Hinterhalt gelockt Du hast beide hier Auf der Hinterhofstraße gekillt Ey ich hab gedacht Das läuft jetzt hier mit Pandora Stark Junge Das war richtig gut Außenhinterhalt Das war ein richtig gut Grunde Pandora das war nichts für uns Müssen wir nochmal versuchen Er wird dann einfach schlecht Mach mal nochmal Traitor Aber geheim Aber wie schon Diese ekelhaften Lemonade Holt ey Der Queen ist ja nicht da Es muss Hast du ein bisschen Schaden bekommen? Na ja Ein kleines bisschen Hey Johnny Hi Dann war sie wenigstens nicht umsonst Oh das ist ein Schaddi Innocent Me too Irgendwann läuft mir hinterher Ich weiß bloß nicht wer das ist Und schießt auf mich Ist du gerade auf mich geschossen Und auf das Metallding Das wird ja auch natürlich sagen Ich hab natürlich nicht auf dich geschossen Alles war nur im Versehen Gibt es eigentlich hier hinten noch einen Gang? Boah hier hinten war es noch gar nichts Obwohl doch hier hinten war Hi Max Oh hi Johnny Hä? Hä Johnny ist doch gar nicht hier Ich bin hier Hä? Was sagen Hä? Hallo Oh Leute Oh Leute Nee aber Johnny steht hinter dir Ich wollte doch sagen Ich hab nämlich nur Johnny gesehen Von da hinten hast du mich schon lesen können? Ja Oh die Diegel wegfohlen Ich hole mir die Diegel die hier drin lag Achso Und dann geh ich hier drüben raus Und geh hier ins Büro Oh da sitzt einer drin Und schießt zurück Hi Nein Pandora verfolgt mich Ey wo geht's denn hier noch? Warn dich Ich hab keine Waffe Ich kann fast auf dich schießen Falsche Richtung Ne ich hab ja auch später geschossen Oh shit Vielleicht macht's Boom Hallo Ding Dong Ding Dong Ding Dong Ding Dong Ding Bananafo Hallo Hi Du kommst hier nicht rein Das ist meine Tür Wollen sie meiner Religion beitreten? Nee Die Zeugen Jehovas lass ich gerne draußen Aber für nur 12 Euro im 100 Nee falsch Falter Text Entschuldigung So geht das ja Ich muss ja durch die Fenster reinklettern Kommen die Zeugen Jehovas immer durch die Fenster oder was? Auf mich wurde geschossen Ich weiß aber nicht wer es war Oh ach denn da vorne liegt eine Plasma Oh 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 Alter Falter Ja die war eigentlich eine Abwehrmaßnahme Abwehrmaßnahme? Ja gegen Pandora Damit er mir nicht die ganze Zeit wieder hinterherläuft Der ist schon wie so ein Zeuge Jehovas an meinem Haustisch stand Und jetzt alle Da ist schon die schon wieder Bist du hier vorbei? Ich wurde geportet Ja Max ist es Alter ich bin scheiße Und Max auch Alter Gamepad schließt doch mal Bist du doof? Alter Schwede Weißt du der steht da hinten und guckt nur zu Also geil ich hab gewonnen Ja ich hab gewonnen mit 30 Punkten Max mach deine Abmod Dankeschön fürs Zuschauen Wenn es euch gefallen hat Gebt einen Daumen drauf Und wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dahin und tschüss Tschau Tschüss